Hürden gibt es momentan genug. Nur eine Handvoll ausgewählter Sportlerinnen und Sportler darf wegen der Corona-Beschränkungen aktuell hier im Leichtathletikzentrum in Linz trainieren. Verena Breiner aus Ebensee ist eine davon. Die kommenden Wochen sind für sie die vielleicht wichtigsten ihrer Karriere. Es ist eigentlich bei mir nicht so, dass ich sage, ich sitze mir jetzt einmal fünf Minuten da und tue einfach einmal nichts. Das ist dann eigentlich wieder Regeneration oder man muss sich was zum Essen zubereiten oder einfach schauen, dass der Körper fürs Training wieder bereit ist. Weil man kann einfach nicht sagen, ja, heute tue ich das einfach einmal, weil das habe ich Lust drauf. All das tut sie natürlich dafür. Mitte Juli sollen in Tokio die Olympischen Spiele beginnen. In Japan ist die Olympische Flamme bereits entzündet worden, aber unklar ist noch immer, wie Olympia während der Corona-Pandemie ablaufen soll. Bei der Impfung ist in Österreich keine Sonderbehandlung wegen Olympia vorgesehen, aber wegen des dichten Trainingsplans kann eine Spitzensportlerin wie Verena Breiner nicht einfach spontan geimpft werden. Weil man muss auch trotzdem die Impfreaktion abwarten und man kann dann nicht direkt danach gleich harte Trainings machen und dann Ende Mai fangen die Wettkämpfe an. Da ist es dann schon blöd, wenn man zum Beispiel eine Woche dann ausfällt, weil dann kann man den Wettkampf nicht machen und dann verschiebt sich die ganze Saisonplanung. Kommt das Impfangebot zu knapp vor Olympia, werden viele Sportler wohl darauf verzichten, um bei den Spielen mit Sicherheit bei vollen Kräften zu sein. Auch im Fußball zerbricht man sich bereits den Kopf. Wann die Fußballvereine geimpft werden, steht noch nicht fest, aber bis Ende Mai seien Impfungen ohnehin nicht möglich, heißt es beim LASK. Bis zum Ende der Meisterschaft geht es zeitlich gar nicht, weil wir viele englische Runden haben und weil es einfach zu knapp und die Gefahr zu groß ist, dass irgendein Spieler ausfällt. Und dann ist der Urlaub, den sie sich verdient haben und dann stehen wir ja schon in der Vorbereitung Ende Juni, Anfang Juli. Hinzu kommt, bei den meisten Impfstoffen werden zwei Teilimpfungen benötigt und zwischen den Impfungen muss ein bestimmter Abstand sein. Wenn ich jetzt einen Impfstoff habe, wie zum Beispiel der AstraZeneca, wo empfohlen wird, dass das eher drei Monate sind hintereinander, dann ist das fix irgendwann während der Meisterschaft. Und dann müssen wir so strategische Überlegungen machen, macht man alle gleichzeitig, impft man nur von jeder Position einen. Entscheidungen, bei denen es im Spitzensport um viel geht. Denn nur wer körperlich in Bestform ist, hat eine Chance, ganz vorne mit dabei zu sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.